Yo, yo, ihr Zocker, willkommen zurück bei Serious Sam, The Second Encounter HD, ich bin der Duddlefly und die beiden Hüpf-Dohlen hier, das sind der Raisin-LP, Hallöchen, Hallo, und der Patrick-LP, Mahlzeit, Servus, sind hier im Mittelalter gelandet, ich nehme mal die erste Falle hier, Bach, und da kommen sie auch schon, ab geht die Ex, Bäm, so, und der, ich, was hat mir vorhin noch gesagt, ich hätte eine Wette abschließen sollen mit dem Raisin, das ist er schreit, genau, Bäm, so, Hier, und das auch noch, und hier, ach, das bist du, also, jetzt musst du den Ton generell wieder leiser stellen, weil der Raisin so schreit, ich schreit auch gar nicht, du schreist, wie so ein Pferd, wenn Pferde schreien, auch Männergefühle, ne, ach, wie, schon, Alter, da ging ja eine Tür auf, geil, ich hab eine Tür aufgeschossen hier, ey, oh, eine Doppelläufige, geil, das ist auch nicht besser, ich würde gerne auch rein, Schnellschusswaffe wieder haben, hier, ach, hier ist ja noch was, ich hab eine Rüstung gefunden, Okay, dann putzt sich jemand die Nase, Also, man sollte, glaub ich, drinnen die Türen hier schießen, ich hab eine ja aufgeschossen eben, Oh, wie lustig, Oh, dieser Grünser, ey, ich hab voll die falsche Waffe für den, Ja, ey, hier ist eine Kettensäge, ich kann ja nicht wieder sägen, Ja, Wahnsinn, bringt dem ja nichts, Nee, zeig mal den Baum hier oben, vielleicht bringt das ja was Wo ist er denn? Da Ich hab mal ein Messer Nee, wirklich Ja, raue Sitten hier, raue Sitten, ne, mit den Holzfällern hier Äh, wollen wir mal hier runtergehen? Ja, komm Patrick? Äh, wo seid ihr? Ach, da seid ihr Da, ja Ich, äh, ja, komm Warte, hier ist noch ein Revolver Zack Ah, den hab ich schon Hast schon? Ach so, den hab ich auch schon Ja, 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 ja Ich hoffe, es ruckelt heute nicht so bei mir, ich hab immer diese Freezes, wenn neue Monster geladen werden oder so Keine Ahnung So seltsam manchmal The double fly So Huf, 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 schau da richtig Habt ihr hier schon wieder aufgeräumt, ne? WUAH! Geht mal vor Ja, mach ich Der Schisser wieder hier, ja? Ui, du Kacke Ähm, wie, wie bitte, ähm Ich spring jetzt auf Ey, ich bin durch, geil Ich steh hier oben UAH! Alter, scheiße Scheiß Hallo Ich bin hier unten Uuuuuh Patrick, guck mal nach oben Ich stell mir mal den Aufzug hoch, ne? Andere Seite Hallo Hi Hi Ich Will grad hier nicht weiter durchgehen Äh, Leute Ich stell mich einfach auf die Fallen Aua Äh, geht mal hier auf die Ich hab euch den Aufzug hochgeschickt Geht da mal drauf Ja Ähm Welchen Aufzug? Hä? Ach, da Ach, da kommt er Hier, kommt, hier Dem meinten Hi Hallo Hallo Tschüss Äh, da ist ein Schalter Da kommt da was raus, oder? Ich seh da was Rotes drin UAH! Oh UAH! 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 Alter, was war das? UAH! Alter, wie sieht das hier aus? Da kam eine riesen Faust raus Hat den, den, den Typ weggesmashed Könnte noch mal jemand den, äh, Dings drücken, hier? Ich würde mich sehr freuen UAH! Hallo? Lecker! Oh, Scharfschutzzielewehr Hallo? UAH! Fly, drück doch mal bitte hier nochmal den Hebel, wenn das geht Scheiße, ich komm hier nicht mehr raus Scheiße! BÄM! Hahaha! Scheiße, jetzt bin ich hier hinter der... Was ist das denn, Ray? Ja, ich bin hier hinter der Tür, da! Du brennst immer wieder vor, Kollege Ja Ich hab nur so Scheißwaffen, ey, es gibt es doch nicht Huch! Ah ne, ich hab ja die hier Scharfe Schütze! Scharfe Schütze! Wo sind die denn? Da ist doch keiner Keine Ahnung Ja komm jetzt, bestimmt von da hinten runtergerannt Es regnet, doch guck mal wie schön es regnet Ich glaub das sieht aus nach einer riesen Falle hier Kennst du noch dieses Lied, das man früher immer gesungen hat? Sag ich doch! Boah, ich wollte den im Lauf erledigen, Scheiße Oh! Ja, ich hab's geschafft Könnt da machen, was er wollt Ich bin hier der Oberpro Ich bin hier der Oberpro War nicht Wenn's um das Scharfe Schützgewehr geht, kannst du mir nix vormachen Warte mal, das war andersrum Ach ja, stimmt Wow Achso das sind nur Geht doch Alter, die haben doch gar keinen Schnitt, ey Easy going hier Ich bin voll, glaub ich Ne, ich bin nicht voll Äh, da läuft ein Sam-Symbol da vorne Ah, das ist auf so einem Mini-Bacon Seht ihr das? Oh, ich bin runtergefallen Scheiße Der Bacon hat mich runtergestürzt Ich hab das Sam so wohl geschnappt Ich hab das Sam so wohl geschnappt Ich hab das Sam so wohl geschnappt Bringt mir jetzt auch nicht Ach, da hinter uns Oh, ich bin runtergefallen Alter, was geht denn hier ab? Ist das da unten Action? Ja Ach, geringfügig, geringfügig Na, ich falle, ey Ich falle schon wieder runter Ich flamere jetzt alles weg, ey, so Du Flamester Das, äh, weiß Hier, kannst du meine Ich bin der Grillmeister hier Ah, Leute, unsere Kotzbrockenfreunde sind wieder da Ach, da, ja Ja, wir lieben diese doch Die wollen ja jetzt erstmal ausschalten Ach, schon, okay Jo, hab ich Eine hab ich, ja Wo sind die anderen? Scheiße Hilfe, wer haut mich denn jetzt um hier? I don't know what Juhu, ich hab das Tor erreicht Ich warte mal hier Ich höre die ganze Zeit getrappelt unten Hier ist aber nix Ach, warte mal Ja, da kann man doch noch Uuh, warte, 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 warte Ich geh noch nicht da durch Das ist mein, hier wär noch was Wo denn? Ach, da unten liegt Geheimnisse finden Ja Okay, das hat mir jetzt nicht Wöööö Hallo Was ist hier? Hier ist ein Jumper Huiii Hallo Jo Hi Wie Waren das jetzt geringfügig Ich bin eigentlich besagt Oh, ich bin eigentlich nicht Abgeknackt Abgeknackt Abgekackt. Warte mal, vielleicht kann man da drauf springen. Oder muss man da drauf springen? Nee, da kann man nicht hoch. Nee, da kann man nicht hoch, ne? Schade. Aber kann man hier vielleicht hoch? Hier ist ja so ein Gang, wo wir den Flammenwerfer gefunden haben. Nee. Da oben ist aber auch nichts. Naja, kommst doch nicht hoch. Nee, da ist nichts. Hier oben geht's weiter, glaub ich. Joa, das könnte du, ich hab's möglich sein. Tür auf. Dankeschön. Türsteher-Style. Wow. Ah, der hier. Da ist ein mittelelterliches Dorf. Bam. Und der Kürbis. Ui. Mit der Shotgun weggephrased, ey. Alter, hier geht's Action. Oh ja. Da schießen Kanonen. What the fuck. Jetzt grillen wir mal das Bacon hier, ey. Ja, die kannst du kaputt machen. Oh, ich hab geheime Munition gefunden. Sehr schön. Was macht denn der Bacon da? Der läuft nicht. Ach, da bist du, deswegen läuft der da hin. Hehehe. Ist immer noch nicht tot. Wer? Ja, ich hab übrigens auf den vorletzten Schwierigkeiten grad wieder gestellt, ne? Jaja, muss, muss. Muss. Ich hab gar Munition entdeckt, übrigens. Hab ich auch eben entdeckt. Achso. Ich mein, wir schaffen das ja nicht mal auf normal, also stell's ruhig so schwer wie es geht. Genau. Oh mein Gott. Ne, wieso? Ne, ne, das ist wirklich der vorletzte Schwierigkeiten grad hier. Ja. Ja, der ist alt. Ja. Dann geh mal zur anderen Tür. Die Other Door. Ich hab hier heute irgendwie so Mikro-Ruckler drin, das ist lustig. Was? Mikro-Ruckler? Ja, so, wenn man sich so bewegt, dass das alles das Bild hinterher zieht. Was ist das hier? Achso, ich dachte du meinst, dass dein Mikro am Tisch ruckelt. Hehehe. Ja, dein Mikro-Ruckler halt, ne? Hehehe. Seid ihr da? Ja. Ja. Ja, ich bin fast das. Die teilen immer Pillen runter. Oh, Gräber, ich hab Angst. Oh, Friedhof, ey. Hier ist ein Surfbrett als Grabstein. Alter, wie geil, ey. Ich weiß schon, wie ich beerdigt werden will, ey. Und die Gräber wackeln irgendwie. Ja, Gräber wackeln. Wie benutzen. Ja, das sind Gräber-Ruckler. Wie kann man denn... Ah, die Gräber kann man aufmachen. Echt? Hä? Ja. Ah, ja. Geht aber nicht. Hä? What the fuck, was ist das denn bitte? Nicht zerschießen, was... Nein, 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 nein. Ey, was ist das denn? Alter, guck mal. Guck mal. Ja, was meinst du, was wir grad meinen? Soll ich dir was... Hallo? Ey, ich zerschieß den jetzt. Nein, lass mal. Nein, das sind Freunde. Aber die machen mir Angst. Die machen mir auch Angst. Die haben Gehirn. Alter, die haben Gehirn. Ihh. Hast du keins? Ja, ich hab eins, aber das ist nicht so groß. Hilfe. Ich fühl mich hier gleich bedroht. Ich auch. Aber der ist mir sympathisch hier. Hallo. Hallo. Ähm. Ey, komm, jetzt machen wir... Jetzt machen wir mal ein Foto. Komm. Wie ein Foto. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein Foto machen. Alter, das sieht ja ekelhaft aus. Nicht zerschießen. Ups, Entschuldigung. Der arme Mann. Mann, Waison. Uhhh. Lass die mal leben, vielleicht helfen die uns noch. Ich hol mal ein paar raus hier. Alter, guck mal. Ich hab dem nur einen Schuss verpasst, ne? Guck mal, wie der aussieht. Ja, das sind unsere Freunde. Das sind unsere Freunde. Die tun doch nichts. Die sagen doch nur Hallo. Ja. Aber die schieben mich weg. Ich hol mal ein paar mehr. Ja, mach mal Party hier. Warum bilden die denn nicht auf? So, hallo. Oh, oh, oh. Ich hab das Buch der Weisheit gefunden übrigens. Ja, du bist jetzt weiß, nein. Ja. Ich mein, weise bin ich ja schon, ne? Alter. Nein. Ich frei die mal alle hier aus dem Gräber. Alter, hier sind Bots da. Ich glaub, die helfen uns, oder? Ne. Die gehen nur auf uns zu. Aber ich hab auch ne geilen Berüstung gefunden. Das macht meine Schüsse jetzt stärker. Ich bin hier irgendwo. Ich komm hier nicht mehr raus. Doch. Hä? Ich check das nicht. Na ja. Alter. 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 Ist das geil mit der Uni. Mit dieser Rüstung. Ja, mach doch mal was ihr Köppe. Ey. Wir haben noch keine Waffen. Wir waren noch tot. Wir haben sie doch befreit. Ja. Wir haben die hier die Skelettos befreit. Beziehungsweise ich hab die befreit, dass ich die Rüstung genommen habe. Ey. Das ist hier nicht äh, Mittelalter. Das ist hier äh. Ups. Gruselig. Horror. Alter. Scharfschützengewehr. Beste shotgun, die es gibt, ey. Warte mal. Ein Scharfschützengewehr ist keine Shotgun. Ja, aber ich kann es aber als Shotgun benutzen. Das hier. Ist aber keine. Ich weiß. Aber es ist trotzdem geil. Oh. Ach, das bist du. So sind jetzt alle Gräber auf, ja, ne? Ne, ne, ne. Aber wo müssen wir uns trotzdem brauchen? Ach, nö. Mitternachts Megageheimnis entaktiviert. Wo ist denn der? Da oben. Boah, ich krieg die nicht platt mit der Scheißwaffe. Hör auf mich zu schieben. Äh. Die hat einer ne Brille. Genau. Geh mal da, äh. Ja. Hilfe. Hilfe. Nee, hat's schon erledigt. Nee, ist schon okay. Hallo, 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 hallo. Eins muss euch klar sein, wir können die jetzt nicht im ganzen Let's Play mit uns schleifen, ne? Nicht? Die werden auch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Aber die kommen die ganze Zeit hinterher. Ja, hier in dem Geburt. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Hier war irgendwie nix. Kann das sein? Ja, war ein Geheimnis. Alter, der schubst mich immer weg, der Brenner. Und was kann mir jetzt hier irgendwie, wie geht's hier weiter? Ich guck grad mal ne Statistiken. Uns fehlen noch zehn Geheimnis-Jungs. Super. Ey, ich würde, ich würde mal verbieten, dass ein Grab ein Geheimgang ist. Ja, aber ich hab jetzt alle, ne, hier sind ja noch ein paar zu. Warte mal. Die sind doch alle zu. Nee. Doch, die gehen wieder zu, oder was? Du hast ein mega Geheimnis ausgeschaltet. Mitternacht. Was? Ja, stand da. Steht da. Wie kann man das Grab denn öffnen? Mit E? Ja, du musst irgendwie, irgendwann kommt da ein E, so. Dann kommt da ein E benutzen. Alter. Aber nicht überall. Was für eine Ruhe. Doch. Nee, geht nicht überall. Dann musst du in das Grab reingehen, dann kommt der Typ da raus. Oh. Aber die schubst mich immer weg jetzt hier. Hier, Nebels. Ich kann die nicht öffnen. Ich bin zu doof dafür. Ja, das ist hier einige Geheimnisse. Also wenn wir jetzt, wenn ich hier drauf drücke bei den Gräbern, kommt hier Dampf raus. Hilfe, die, ey, was machen die mit mir? Die tragen mich weg. Guck mal. Ja, schieß doch. Nein. Man erschießt keine virtuellen Menschen. Hilfe, ich schiebe mich. So. Jetzt ist geil. Jetzt kann ich, jetzt kann ich, so können wir weitergehen jetzt. Was macht ihr da, sag mal. Ja, wir, wir, wir spielen mit unseren Haustieren. So. Ich hole mal noch einen. Lalalala. Hui. Was kann das hier? Hui. Doch, jetzt. Alter, was geht denn hier ab, ey. Alter, die Mucke ist geil, ne? So gut sie nicht. Ach, hier ist noch eins, was man benutzen kann. Da muss noch einer rauskommen, so. Ups, ich habe es frei umgeschmissen. Scheiße. Ich gehe noch mal da hinten gucken. Wo der Ways dann rumpimmelt. Vielleicht geht das Tor nebenan jetzt auch auf. Ich gehe mal rüber gerade gucken. Wir sind noch neue Waffen. Hat er voll die Armee hier, ey. Kann man nichts mehr machen, ja? Ja, das Tor ist auf. Guck mal zurück. Wo bist du denn? Zurück gegangen einfach. Das war die ganze Zeit schon offen. Nein, war es nicht. Das war verschlossen. Habe ich doch dort bestanden. Dieses Stand ist verschlossen. Der Racer, der stand da gerade vor. Das war auf. Nein. Nicht in dem Hof, wo beide Tore sind. Ach so. Alter. Was geht denn hier ab, ey. Die folgen uns tatsächlich. Hallöchen. So. Ja, lass sie mal überleben. Gucken, ob die was bringen, wenn man die mitnimmt. Oder so. Keine Ahnung. Du willst doch nur wieder Freunde haben, ey. Nein, das sind alte Dorfbewohner, die nicht definieren. So. Hast du noch nie RPGs gespielt? RPGs? Du schießt auf die Kanonen da oben. Die schießen nämlich auch, ne? Ich hab schon mal eine benutzt, aber ich hab's noch nie gespielt. Ja, deswegen weißt du das nicht, dass man solche Dorfbewohner am besten am Leben lässt. Hier ist das Dorf. Wo ist denn die Kanonen eigentlich? Die hab ich schon zerschossen jetzt. Ach so. Ach so. Alter, wo gehen die? Komm mal her, die Tür geht nämlich nie mal auf. Wo bist du denn, Fly? Durch die nächste Tür. Ja, da. Genau, hier. Bleib mal hier am Anfang, weil dann können wir ne kurze Pause machen. Können wir, ja, können wir. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Park wieder mit unseren Hello-Freunden hier. Genau. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.